Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, findet ab dem 11. März wieder unsere Tech Lounge Masterclass statt, unter anderem mit Webinaren zu zeitgemäßer Entwicklung in Go, modernen und skalierbaren APIs und auch zu zukunftsfähigen WebUIs. Und alle Details dazu und auch die Möglichkeit zur Anmeldung, das alles findest du auf der zugehörigen Webseite unter www.thenativeweb.io. Und neben den gerade genannten Themen gibt es noch ein Thema, um das es in dieser Runde geht und über dieses Thema will ich dir heute kurz mal ein bisschen was erzählen, denn vielleicht hast du dich gewundert, warum wir ausgerechnet dazu überhaupt Webinare anbieten. Und die Rede ist natürlich von den drei Webinaren zum Thema TypeScript im Enterprise-Einsatz. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Weekly. Ja, und der Punkt, warum du dich vielleicht gewundert hast, ist, dass du dir gedacht hast, kann das nicht inzwischen eigentlich jede Entwicklerin und jeder Entwickler, die oder der auch nur ansatzweise irgendwas mit Webentwicklung zu tun hat. Es ist ja zugegebenermaßen in den vergangenen Jahren sehr schwierig geworden, an TypeScript überhaupt irgendwie noch vorbeizukommen, also wozu da überhaupt noch drei Webinare machen. Und das ist erstmal eine durchaus berechtigte Frage, denn man sollte tatsächlich davon ausgehen, dass TypeScript inzwischen im Großen und Ganzen angekommen ist. Dass die Entwicklerinnen und Entwickler, die mit TypeScript zu tun haben, dass die wissen, wie diese Sprache funktioniert und vor allem auch, warum sie so funktioniert. Die Realität sieht meiner Erfahrung nach zumindest oftmals allerdings anders aus. Und das Schlimme ist, vielleicht, wenn du selbst regelmäßig mit TypeScript zu tun hast, vielleicht denkst du dann jetzt, ja, okay, es mag schon sein, dass es Entwicklerinnen und Entwickler gibt, die sich mit TypeScript nicht so wirklich auskennen, aber zumindest bei mir ist das nicht der Fall. Und genau das ist die große Gefahr. Denn TypeScript ist eine der am meisten unterschätzten Programmiersprachen, die es gibt. Und das Gefährliche dabei ist, dass es nicht um das große Ganze geht, sondern um die vielen subtilen Feinheiten. Und wenn man die nicht so genau kennt, dann kommt man trotzdem ein ganz gutes Stück weit, aber man läuft in gewisse Fehler hinein, die sich irgendwann zeigen werden. Und das ist das Hinterhältige. Diese subtilen Probleme, von denen merkt man erst einmal nichts, weil auf den ersten Blick scheint ja alles einwandfrei zu funktionieren. Das heißt, sehr viele Entwicklerinnen und Entwickler erleben da eine sehr trügerische Sicherheit. Und irgendwann, Wochen oder vielleicht auch Monate später, da tauchen dann irgendwelche seltsamen Probleme auf, die sich niemand zu Recht erklären kann. Und dann stellt man irgendwann nach langer und mühsamer Suche fest, ach, da ist ein Fehler im TypeScript-Code, weil da die speziellen Eigenheiten eines bestimmten Sprachkonstrukts vielleicht nicht so ganz bekannt waren. Ja, und das will ich dir heute mal an zwei Beispielen erklären. Und vielleicht ist das für dich jeweils ein alter Hut, aber vielleicht eben auch nicht. Fangen wir mal mit einer Eigenheit des Typsystems an. Denn das statische Typsystem von TypeScript, das dürfte ja vermutlich der primäre Grund sein, warum TypeScript so gerne eingesetzt wird, weil man sich endlich nicht mehr mit dem dynamischen und vermeintlich merkwürdigen Typsystem von JavaScript herumschlagen muss. Also zumindest glaubt man das ganz gerne. Endlich hat man es mit einem Typsystem zu tun, das dem von beispielsweise C-Sharp und Java ebenbürtig ist. Und diese Sichtweise, die trifft man halt vor allem häufig in Umfeldern an, wo tatsächlich auch mit C-Sharp oder Java entwickelt wird. Wo also die Entwicklerinnen und Entwickler den Eindruck bekommen, dass sie all das wissen, was sie sich über Jahre in C-Sharp und Java erarbeitet und aufgebaut haben, dass sie das nun eins zu eins und nahtlos auf TypeScript übertragen können. Ja, und als ganz einfaches Beispiel, stell dir vor, du hast eine Klasse namens User. Und die enthält zwei Properties vom Typ String, nämlich FirstName und LastName. Und dann stell dir vor, du hast darüber hinaus noch eine Klasse, zum Beispiel Customer. Und die hat ebenfalls diese beiden Properties, aber darüber hinaus vielleicht noch ein paar weitere. Und die beiden Klassen haben nichts miteinander zu tun. Also weder erbt die eine von der anderen, noch gibt es eine gemeinsame Basisklasse, noch gibt es ein gemeinsames Interface oder irgendwas in der Art. Es gibt nichts dergleichen. Es sind einfach zwei komplett voneinander unabhängige Typen. So, und nun hast du eine Funktion, die erwartet als Parameter einen User. Und die Preisfrage ist, kannst du als Argument hier auch einen Customer übergeben? Und die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach, nein, natürlich kannst du das nicht machen. Denn damit zwei Typen zueinander kompatibel sind, müssen sie entweder voneinander erben, über eine gemeinsame Basisklasse verfügen oder über ein gemeinsames Interface verfügen. Also insofern, diese beiden Klassen sind nicht kompatibel zueinander und daher kann auch nicht die eine Klasse für die andere verwendet und eingesetzt werden. Und das ist richtig, zumindest wenn wir uns über C-Sharp oder Java unterhalten. Denn diese beiden Sprachen verfügen über ein sogenanntes nominales statisches Typsystem und dort wird Typ-Kompatibilität tatsächlich genau so definiert. In TypeScript ist das aber anders. Dort ist diese Antwort, die ich gerade gegeben habe, tatsächlich falsch. In TypeScript kannst du also sehr wohl überall dort, wo ein User erwartet wird, auch einen Customer verwenden. Und das ist unerwartet. Aber es hat einen ganz einfachen Grund. TypeScript hat nämlich kein nominales statisches Typsystem, sondern ein sogenanntes strukturelles statisches Typsystem. Das heißt, zwei Typen gelten dann als kompatibel zueinander und damit auch als austauschbar, wenn sie die gleiche Struktur aufweisen. Und da an der Stelle, wo ein User gefordert wird, ja lediglich ein Objekt gefordert wird, das ein First Name und ein Last Name besitzt, erfüllt eben auch die Customer-Klasse eben diese Anforderung. Genauso übrigens wie jede x-beliebige andere Klasse auch, sofern sie diese beiden Eigenschaften besitzt. Oder auch wie ein ganz normales Objekt literal, für das es überhaupt keine Klasse gibt, solange es diese beiden Eigenschaften besitzt. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum ist das so? Warum hat man sich bei TypeScript nicht einfach entschieden, ein nominales Typsystem zu verwenden, sondern warum hat man sich für ein strukturelles entschieden? Und die Antwort ist ganz einfach, weil TypeScript ein Superset von JavaScript ist. Und genau dieses Verhalten ist das, was das Typsystem von JavaScript gerade auszeichnet. Das wird als sogenanntes Ducktyping bezeichnet. Wenn es aussieht wie eine Ente, wenn es watschelt wie eine Ente und wenn es quakt wie eine Ente, naja, dann wird es wohl eine Ente sein. Und das muss TypeScript eben respektieren, um vollständig abwärtskompatibel zu JavaScript zu sein. Und das wiederum ist eine der Prämissen von TypeScript. So, und wenn man da nun von einem Typsystem wie dem von C Sharp oder Java herkommt und sich auf dessen Garantien verlässt, dann kann das in TypeScript dementsprechend natürlich gehörig schief gehen, weil man auf einmal eventuell mit Typen arbeitet oder mit Typen in Berührung kommt, die man gar nicht erwartet hat, beziehungsweise die man eigentlich auch gar nicht haben wollte. Das zweite Beispiel, von dem ich dir erzählen will, was in TypeScript gefährlich sein kann, das hängt lustigerweise auch wieder mit dem Typsystem zusammen, denn, wie wir alle wissen, ist TypeScript ein Compiler, oder besser gesagt ein Transpiler, der nach JavaScript übersetzt. Das heißt, das statische Typsystem, das steht nur während des Kompilierens zur Verfügung, nicht zur Laufzeit. Und das ist auch etwas, da liest man, da denkt man sich, ja logisch, man weiß das eigentlich auch, aber man überblickt die Konsequenzen davon eventuell nicht so ganz. Und ein Fall, den ich bei unseren Kunden schon ganz oft erlebt habe, ist, da wird irgendwo im Code JSON aus einer externen Quelle geladen, sei es aus einer Datei, von einer HTTP-API oder von irgendwo anders her, das spielt auch eigentlich keine Rolle von wo, was da die konkrete Quelle ist. Man hat also irgendeinen Aufruf, der die Daten lädt und blöderweise liefert der als Typ einfach nur Any zurück. Und das ist ja auch eigentlich logisch, denn die Funktion, die ich zum Laden verwende, die ist ja generisch, die kann ja gar nicht wissen, welche Art von Daten ich da laden möchte. Jetzt ist für die weitere Verwendung in meinem Code Any, aber natürlich ziemlich unpraktisch, denn damit habe ich ja keinerlei Unterstützung mehr durch das Typsystem und insofern gehen dann viele Entwicklerinnen und Entwickler hin und schreiben eine entsprechende Typdefinition, sei es mit dem Type-Keyword oder auch als Interface, wo übrigens eine sehr spannende Frage ist, wann man davon was verwenden sollte. Auch da gibt es nämlich sehr feine und zupile Unterschiede, aber egal. Wir halten also einen Typ und dann gehen wir hin und casten dieses geladene JSON-Dings in den gewünschten Typen und ab dann haben wir die gewünschte Typsicherheit und alle Zugriffe finden nur noch kontrolliert statt. Und damit ist dann oft das Thema erledigt. Und wenn man dann als Außenstehender naiv nachfragt, wie denn sichergestellt sei, dass die Daten auch wirklich diese Struktur hätten, dann erhält man als Antwort, dass das ja durch das Typsystem sichergestellt sei. Denn wenn das Objekt nicht zu dem Typ oder dem Interface passen würde, dann würde das Typsystem ja einen, also beziehungsweise der Compiler, ja einen Fehler melden. Ja, so weit, so gut. Der Denkfehler dabei, der liegt nur leider darin, dass das Typsystem in dem Moment, wo das Laden der Daten stattfindet, ja gar nicht mehr existiert. Denn das Laden, das passiert ja zur Laufzeit, also lange nach dem Kompilieren. Und insofern hat man zur Entwicklungszeit zwar eine gewisse Typsicherheit, aber die bezieht sich eben immer nur darauf, dass auf ein Objekt, was die richtige Struktur schon aufweist, auch korrekt zugegriffen werden kann. Aber es garantiert halt nicht, dass das Objekt initial überhaupt zu der gewünschten Struktur passt, weil der Importvorgang oder der Ladevorgang davon nicht abgedeckt wird. Das heißt, das müsste man nach wie vor wie in klassischem Vanilla JavaScript oder in jeder anderen Technologie auch per JSON-Schema oder einem ähnlichen Mechanismus überprüfen. Und das wird sehr gerne vergessen. Ja, und diese Liste, die kann ich nun endlos fortsetzen. Es gibt massenhaft Probleme, über die man im Typsystem von Typescript stolpern kann. Und viele davon sind, wie gesagt, sehr subtil. Soll heißen, sie fallen erstmal nicht auf, denn scheinbar funktioniert alles wie gewünscht, aber über kurz oder lang werden solche Dinge dann eben doch schief gehen. Und das ist natürlich gerade in einem Enterprise-Kontext deutlich schlimmer, als wenn mir das bei meiner privaten, persönlichen Webseite passiert. Und genau das ist der Grund, warum wir glauben, dass es nach wie vor noch einiges an Erklärungsbedarf zu Typescript gibt. Und genau das machen wir in den drei Webinaren zu Typescript. Und falls du jetzt sagst, okay, vielleicht wäre es doch ganz gut, sich das mal anzuschauen, dann findest du, wie gesagt, alle Informationen und auch die Möglichkeit zur Anmeldung unter www.thenativeweb.io und natürlich findest du den Link dorthin auch noch einmal unten in der Videobeschreibung. Ach ja, und wenn du bei deiner Bestellung bis einschließlich dem 15. Februar den Code YouTube10 angibst, dann erhältst du übrigens 10% Rabatt auf alle gebuchten Webinare. Ja, und damit verabschiede ich mich dann für heute. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Vielleicht sehe ich ja die eine oder andere von euch in unseren Webinaren. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und bis dahin, wie immer, pass gut auf dich auf, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.